Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Hustes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des Kindes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. der liebes flamme des unbefleckten herzens mariens deine so sehr geliebten braun der liebes flamme des unbefleckten herzens mariens deine so sehr geliebten braun der liebes flamme des unbefleckten herzens mariens deiner so sehr geliebten braun o jesus ich verberge die ärmste priesterseele des fegelträger in die wunde deines linken fußes o maria schmerzensmutter ich stelle mich unter deinen schutz durch deine reinsten hände opfere ich nun dem ewigen vater 33 mal das kursbare blut jesu auf für die ärmste und verlassenste priesterseele des fegelträger die am meisten leidet und für die niemand betet bitte und flehe der ärmsten priesterseele für mich zu gut damit mir bald hilfe in meinem jetzigen anliegen anliegen kann man jetzt nennen gewehrt werden ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes christers auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist so es dem willen gottes entspricht erhöhung die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes christers auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes christers auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen ewiger vater ich opfere dir das kursbare blut jesu für die seele jenes priesters auch die im fliegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist und du büßende priester seele erbitte mir so es dem willen gottes entspricht erhöhung in meinem anliegen unsere liebe frau vom heiligsten herzen bitte für diese arme priester seele unsere liebe frau vom heiligsten herzen bitte für diese arme priester seele bitte für diese arme priester seele unsere liebe frau vom heiligsten herzen Bitte für diese arme Priesterseele. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind geliebt. Und zu allen deinen Segen gib.